Hallo! Du hast halt gerade aber nie geraffelt, also beeiligt mal. Du hast ja jetzt den Wohler. Es geht weiter mit der neuen Folge Resident Evil 7. Du hast überhaupt keinen... ...und dann noch mehr zu sein. Das macht mir überhaupt nicht Angst machen. Ich habe jetzt Angst in den Wohnwagen zu gehen. Ich glaube wir sollten vorher hier speichern. Weil sie wartet in den Wohnwagen, dann gehts weiter und vielleicht können wir da nicht mehr speichern. Ok. Geradeaus durch haben wir das. Fuck! Ich habe genügend Flammenwerfer, aber nicht. Ich gehe jetzt mal da speichern. Ja, mach's. Ich bin jetzt noch mal. Noch mal? Ja. Oh. Hey, ich hatte... Ach so. Ja, zur Beruhigung. Ja, das darfst du. Ja. Also irgendwie... Udo überlegen wir ein bisschen nicht. Und dem guten alten Zuckerwasser. Was haben wir eigentlich noch gesagt? Scheißdorf. Scheißdorf, scheißdorf, scheißdorf. Was haben wir? Alles in den Arm und so weiter. Den Arm brauchen wir den Schlüssel wahrscheinlich auch. Die Kurbel, brauchen wir die Kurbel noch? Bis jetzt haben wir sie nicht mehr gebaut, ne? Ja, ich lass die lieber mal hier bis zum Wohnwagen, lass ich die erstmal da. Na cool, wir haben ja wieder Platz. Wir haben keine Medizin mehr. Scheiße. Wir können auch nichts mehr herstellen. Wir können... Doch, können... Ne, wir haben keine Kräuter mehr. Geh mal runter, guck mal nach dem Inventar. Wir haben auch keine Kräuter mehr, das ist das Problem. Wir können verbesserte Modizieren herstellen oder verbesserte Modizieren, wenn wir Kräuter haben. Ich würde jetzt erstmal gar nichts herstellen, erst mal gucken, was passiert. Ich bin jetzt mal auf der zweiten. Ich hab' jetzt auf der zweiten. Ich komm' jetzt auf der zweiten. Ich hab' 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 jetzt auf der zweiten Spichtang gespeichert. Wer von den? Er ist dein neuer Adoptivvater. Ich hab' deinen alten Vater umgeknäht. Ich glaub' nicht, dass es die Tochter ist von denen. Ich war hier, da kommt' ne fremde Tochter. Egal. Wir haben deine Eltern getötet. Ich hab' jetzt niemanden mehr, der dir die Regeln vorschreibt. Außer wir. Wir sind deine neuen Eltern. Ne. Der ist oben. Hat sich doch schon leider allredigt. Das wissen wir doch schon, hallo. Der ist auf der Brücke. Nein. 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 Das Jenseits gibt die Wahrheit. Waren wir gerade im Jenseits? Ich guck erstmal auf der Öl, wo man rumläuft. Was ist da oben, hör doch. Hier rein. Zoe? Oh, ich dachte, der ist jetzt hier. Ach, Mann. Ist jetzt auch irgendwann mal da. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein. Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen. Und ich geb ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen, äh, äh, Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Welche Aktivität? Oh, oh, oh! Du bist schon ganz scharf drauf! Aber keine Sorge! Die läuft ja nicht weg! Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohlwagen wirfst. Leck mich! Oh, komm schon! Sei doch nicht so! Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank! Du bist ja okay. Vielleicht ist da ein Schlüssel dran für... äh, für sein, sein... ...nein Zimmer, oder für den... ... oder für den... ... mein Kopf. das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Der Polizist. Der Polizist ist da unten. Alter, Abba! Das bist ja du. Wie, das bin ich. Das ist das Atmen. Ja, ja. Ja, guck mal. Das ist ein Maul. Ach, das ist eins von diesen Dingern, ne? Das ist ein Menschenkopf. Siehst du das da unten? Hm? Also das sind doch die Dinger, die uns angreifen, ne? Die haben einen Kopf auf ihrem Kopf. Ach du Scheiße. Scheiße, wir brauchen Muni oder so alles. Ich muss zurück zum Zerlegungsraum. Ja, wir haben... Der Granatleffer braucht keinen Sinn, glaube ich, oder? Das reicht erstmal. Wir haben ja, also speichern wir nochmal und dann können wir ja, wenn ich die Leute immer wieder was ändern. Ja. Ja, okay. Er mag auch den Polizisten nicht, hat er gesagt, ne? Ich war bei den Familien-Dinnern, hat er gesagt, er mag den Polizisten nicht. Also, das ist wieder dieser blöde Debutier, hat er gesagt. Ey, wir könnten doch mehr Kräuter gebrauchen, ey. Wir haben keine... wie ein Ziel mehr. Ja, wir sehen, ob wir jetzt irgendwas noch finden. Brauchen wir vielleicht noch irgendeinen Schlüssel oder so? Ja, wir haben noch den Kräuter Schlüssel. Mehr hatten wir auch nicht. Der hat noch eine Skorpionsschlüssel. Den nehme ich lieber mit. Okay. Also was ist das denn? Ja, da musst du gleich rein, aber da kommst du noch nicht rein. Ja, das kann ich auch schon so. Ne, da war es noch nicht so. Aber dann steigt jetzt richtig die Auspartie. So, Skorpionsschlüssel. So, Skorpionsschlüssel. Ich nehme die Vorsicht, aber wenn wir den jetzt brauchen. Sonst haben wir nichts zu machen. Kurbel brauchen wir, glaube ich, nicht. Vielleicht später, aber nicht hier. Geh kurz nochmal hin, was? Welcome. Wir sind zur Lebensraum. Ja, dann kriegen wir wahrscheinlich so eine Tür. Wahrscheinlich ist da Lukas drin. Ja, das ist Hauptparty. Ja. Die spielen alle dann herum, bestimmt so Lesben-Party, ne? Er sagt, die sind miteinander ver... Was? Die sind geil. Bestimmt ist nicht so geil, sagst du. Vielleicht sind die Geister, sie hat Zombie-mäßig. Vielleicht sind die... Was? Man kann doch mal Fantasien haben. Oh Gott, unser Leben. Scheiße. Das war, das ist jetzt richtig dunkel, ne? Ne, das war vorher auch schon so. Aber es wurde gar nicht gespeichert. Ich hab so Gefühl, das ist dumm. Alter, ich hasse die, ne? Ich sag dir die... Oder ist das einfach nicht alt? Nein, nein. Das kann... Das kann entweder deren Mutter sein oder die Mutter von Evelyn. Was weiß ich. Da stand auch einmal... Was mit 18... Da stand auch einmal was mit 1802, ne? Ja. Als wir in diesem einbehaltenen Haus waren. Vielleicht ist das irgendwie so eine... Frau seit 1802? Keine Ahnung. Die ist... Gefangen. Nein, der ist weg. Oh nein. Wir haben... 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 nicht muss über der Kanzlerin gute Idee hier rein zu gehen ich würde gerne hier wir spielen jetzt eh denen nach, ich sag's dir wir machen eh dir zwei nach, ich sag's dir sowas nein die Totsdam muss eingesetzt sein wo, ach da nein meine Hand da reinstecken da ist der Schlüssel drin oder? das ist der Schlüssel für die ganzen Türen der Schlagschlüssel das schöne kleine Ding wird dir helfen zwei Zugangskarten zu finden die du brauchst um an unserer Partie teilzunehmen du musst mir den Eintritt verdienen Ethan schau bevor ich jetzt weitergehe kombinieren wir haben ja gar nichts, wir haben kein Kraut nein fuck der Lukas hat bestimmt seinem Zimmer ein bisschen Kraut ja bläder denn da da ja da da wir müssen uns anfangen, diese bessere Muni zu craften. Da ist noch irgendwas. Dieser eine ist noch nicht tot. Geh doch oben durch. Da hatten wir glaube ich auch noch den Schweinzbücher. Oh! Okay. Da ist am besten kein Schaden, da kommt gar nichts. Warte, was geht die Muni aus? Ich glaube, das war ja auch Schaden, aber wir müssen länger drauf. Da ist der erste Schlange. Schlüssel. Ja. Wo ist der? Wo ist der? Was hat der für fette Schlüssel, ey? 15 Schuss, ey. Du musst dich unbedingt dagegen rennen, das weißt du. Du kannst auch noch mal nichts tun. Ja, ja, ja. Ich bin nur grad ein bisschen... Ich mach's lieber langsam. Das ist auf jeden Fall dunkler als grad eben. Ja. Und da ist hier unten im Keller immer noch etwas, wo wir noch nicht waren. Ja. Ja. Jetzt immer noch eine verschlossene Tür. Da waren wir wieder. Das ist der normale Weg. Ja, aber da hinten waren wir noch nicht, weißt du? Da hinten ist glaube ich ganz... Warte, das war keine Stein. Ja. Ja. Ich konnte nichts mehr machen. Ach, ich hatte keine Medizin mehr, ne? Ja. Alter, wie schnell geht das denn? Aber ich gas auf der Schotfield auch nichts mehr. Doch, ich hab aber nicht mehr so viel... Äh, ich mach auf jeden Fall wieder Schotfield, aber ich... War mir das denn? Das schöne kleine Ding wird dir helfen, zwei Zugangskarten zu finden, die du brauchst, um an unserer Party teilzunehmen. Du musst dir den Eintritt verdienen, Ivan. Da hast du nichts hin. Aber ich... Direkt rechts ist alles. Jetzt hab ich den erstmal. Achso, scheiße. Ich dachte, der stürzt sich jetzt nochmal auf mich. Ich will so wenig Schaden wie möglich nehmen, ne? Äh, da. Ah ne, ich hab noch eins. Einen Schienkali vergessen. Ich glaub das... Du kommst da nicht durch. Und das noch eins. Alter. Die Tür ist auf. Alter, aber ohne Schaden. Ich fick die einfach, äh, so weg. So. Komm mal auf. Mach die Tür hinter dir zu. Gib zu. Ja, ja, ja. Alter. Alter. Und die kann sich jetzt für das Ding da unten benutzen. Alter. Der ist nicht rot. Die kommt, das Ding kommt direkt in die Ecke. Ja, und dann geh ich weg und dann fick ich den mit der... Mit dem Flammenbring bringt das gar nichts. Auflaufen. Ich glaube, das war's schon. Nee. Doch nicht so einer. Das ist doch viel zu... Als ob. Ja. Ja, klar. Vielleicht ist es unten wirklich jetzt auf die Türe. Alter. Du kannst auch, Alter, wirklich kurz hoch werden zum Speichern. Ja, wir gehen über den anderen Weg, vielleicht kommt da sonst auch ein Ding dir entgegen. Du musst ja nicht um den Ding gehen. Ja, dann... Warte, warte, warte. Wir haben doch noch... Ähm, ne? Also wir brauchen... Wieso von... Wie... Wie kommen wir denn da hin? Aber das ist verschlossen. Von der anderen Seite. Wer weiß. Dann gibt's jetzt immer irgendwie einen Weg. Wir brauchen die Werkstatt für die andere Pistole noch. Die müssen wir reparieren. Also... Wir müssen nicht aber können. Stimmt. Okay, haben wir noch alles. Ich fand, wer verbringt jetzt gar nichts mehr, ne? Bis jetzt. Oh, fuck. Die ist auch mit Dietrich. Oh, fuck. Aber ich... Ich weiß nicht, ob ich die stärkere Pistole herstellen sollte. Oder eine Granate. Oder eine Granate. Kannst du. Ja, mach. Ja? Stärkeboni? Ja. Ja, geht nicht. Inventar. Ach so. Damit kurz die Schlüssel geboren wurden. Für später, ne? Ähm... Sehen wir... Ich weiß nicht, ob wir das mitnehmen sollten. Hä? Was ist das noch? Speicher? Oder... Ne, warte mal. Das brauchen wir nicht. Ach so, da waren die Granatendinger, ne? Deshalb nehme ich das jeweils mal mit. Und den Arm brauchen wir jetzt grad nicht. Wir müssen erstmal die oben öffnen. Wir gehen eher am Wagen vorbei. Ja, das stimmt. Schlüssel würde ich alle behalten. Kränen-Schlüssel würde ich behalten, ja. Was war das? Ja, ja, haben wir schon. Ja, das stimmt. Ja, das kann noch ein bisschen spielen. Ja, noch ein paar Minuten was. Ja. War da auf, ey. Vorsicht, da können wir mal so'n Ding jetzt kommen. Ich hoffe, wir fahren den vorbei. Hey! Hast du sehen, der hat ein kleines Lecker gemacht? Kommt noch eins runter. Das weißt du. Alter, wie viel hält die aus? Wie viel hält die aus? Du hast die verbesserte Munition nicht. Doch hab ich noch. Hab ich denn? Nein, ich weiß. Aber ich... Der muss trotzdem noch, der andere sind viel schneller gestorben. Ja, aber die Schuhe sind immer noch besser. St. Das ist so. Also, die ist nur der Zeitspartikel. Das ist so. Zehn Schuss haben. Ich nehme aber auf die Nahe, nämlich lieber die Schuhe, der Koffer. Wir brauchen Flitten. Ich gehe mal hier hier. Ja, ich geh ins Meer. Ich gehe mal hier. Ich gehe mal. Ich gehe mal hier. Ich gehe mal hier. Das ist alles leer. und ja ich dachte noch nicht vor noch bewegen um ja ist klar Heidemann wo ist die Obe bitte nicht die kontrolliert und sagt das ist so wie so ein vorgesehen unterkleben in sich für die alte um aber ich kann nicht naja aber ich würde es machen die selbe Zeit wie alle anderen Uhren das ist ein Rätsel wir hätten unterwegs gucken müssen ob irgendwo Uhren stehen und da hat es eine Zeit eingegeben ist machen wir gleich, machst du denn in der nächsten Fall Dietrich, ich weiß wo wir den verwenden wir sollten vielleicht noch ein bisschen warten vielleicht ich hab ein Check dritt das Check alter jetzt kannst du noch die Schubladen öffnen und dann ist die Folge auch schon vorbei und dann ist die Folge auch schon vorbei und dann ist die Folge auch schon vorbei Alter ich ich du kannst da runterknoppen und nein das war die letzte oder ich ich Moment Moment das ist nie passiert was das ist nie passiert das schneid mir weg alter nee das schneid mir weg wir haben wir gespeichert alles ist ok ok dann gehts in der nächsten Fall ja das akzeptiert ich das ich wollte C drücken Leute ich wollte C drücken wegen Wegen Rainbow Sixies drücken wir mal Steuerung wir sehen uns in der nächsten Folge Leute und dann sehen wir wie es weitergeht er tut die ganzen Zombies und alles ok und alte ja ihr kennt das ja go tell and roadie go tell and roadie go tell and roadie everybody go tell and roadie du 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 du